Es ist wieder der erste Donnerstag im Monat und die meisten von euch wissen ja, was das bedeutet. Ihr könnt wieder Fragen stellen. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, erkläre ich es nochmal kurz. Ihr stellt eure Frage zum Thema Holzwerken über die Kommentarfunktion. Schreibt also einfach einen Kommentar mit eurer Frage. Dann bewertet ihr gegenseitig diese Fragen mit der Daumen hoch und Daumen runter Funktion. Und die Fragen, die ihr am besten bewertet, sind die Fragen, die euch alle am meisten interessieren. Und die werde ich nächsten Freitag in einem Video ausführlich beantworten. Achtet bitte darauf, dass ihr die Fragen bewertet und nicht das Video selbst. Ich freue mich wie immer auf eure Fragen und ich denke auch diesmal werden wieder interessante Themen dabei sein.